Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk. So machen wir heute Nebenquests weiter. Und hier lässt den Abschritte dieses Programmen. So machen wir jetzt. So machen wir jetzt an das letzten Mal. So machen wir die Schmuck! So machen wir jetzt gleich eine Kimmucke. das war auf den met man gucken das ist denn das nix da wird psycho attacke was ja verdacht auf organisierten verbrechen das ist ein paar scheuhtoi dankladen wachskiller hab mir so neben mir so unendekt das ist das nur besucht was ist markierung apartment ist auch weit weg was habe ich überhaupt ok die list hier sowas ja irgendwo organisierten verbrechen sowas die schlacht die Was ist das? Das war's für heute. 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 Oh, oh. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. wo sehe ich nur noch mal die hübschmaterialien schlucksack ja Gut was ist aber. Na ja, klar, hatte eh nichts vor. Sagen wir einfach, ich brauch ne Abdeckung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Machen Die Machen Das ist ein Dekker. Lauf doch. Los die Nao! Die Zocken sind weak, Sir! Das ist ein Schweder. so wird es rumlegen das aus Ich bin mit einer Bremse. Ich habe hier einen kleinen Bremse. Ich bin sehr schlech, aber... ...wir sind schon. Jetzt kläfft hier noch so ein Hund irgendwo. Ja, was weiß ich. Wie? Tanzt du, Redin? Was ist wichtig? Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Kommt zum Punkt. Ich habe dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn es sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki-Prasa passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Na gut, wo und wann treffen wir uns? Japan, Tan. Wenn es dunkel ist, ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns im Moment. Wie auch wenn es im Moment gibt. Wir sehen uns im Moment. Wir sehen uns im Moment. Wir sehen uns im Moment. Wie erläutig. das das stimmt aber das ist nicht mehr aufbrechen okay okay ich mache mal ein paar weiter und eben mehr sohn und sie ist Was es da wohl tolles zu gewinnen gibt. Na das mache ich auch noch. Das ist bewahrt. Warte mit. Warte mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja so ich bin überladen sehe ich gerade ein bisschen eine bessere Pistole die ist selten, das ist gut das ist gut ja dumm da ist ich bin hier nötig das die beste art und baffenrechte gebraucht zu machen potenzial freischalt bei konstruktion 56 das sind nachschuldigung Dann sage ich dir schon tschüss, bis zum nächsten Fall, ciao.